Hallo liebe Studentin, hallo lieber Student. Einführungskurs Kapitel E1, das deutsche Alphabet. Wir lernen den Konsonanten R. R wie Regen. Der Regenschirm, maskulin Singular. Plural die Regenschirme. Unbestimmt Singular ein Regenschirm. Plural Regenschirme. Im Plural haben wir keinen unbestimmten Artikel. Das ist ein großes R, das ist ein kleines R. Wir sprechen R. R wie Regen. Es regnet, ich brauche einen Regenschirm. Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön.